Freunde, ich gucke ja ziemlich selten die französische Ligue 1, aber heute habe ich es mal gemacht, um 13 Uhr hier pünktlich zum Mittagessen, habe ich mal reingeguckt, PSG gegen Lille, es war ein super packendes, spannendes Spiel, PSG führte 2-0, dann führte auf einmal Lille 3-2, ja, und dann auf einmal gewann durch einen Freistoß von Messi in letzter Sekunde PSG noch mit 4-3, es war ein unfassbares Spiel und es ging hin und her und hin und her und man dachte schon, wenn das PSG verliert, dann sind sie schon gefühlt raus gegen die Bayern, dann werden die sich nicht mehr erholen können, jetzt haben sie dieses positive Erlebnis, aber eine Sache war nicht positiv und zwar Neymar hat sich verletzt, er wurde gefoult, kam dann komisch auf und hat sich dann verletzt, musste mit der Trage runter vom Platz, man kann jetzt nur spekulieren, ob es reichen wird, dass er wieder fit wird gegen die Bayern oder nicht, es könnte sein, dass er ausfällt, ja, es gab auch wieder einige, die haben so gepostet, dass Neymar ja immer zu dieser Zeit des Jahres verletzt ist, das ist ja immer so um den 11. März rum, da hat nämlich seine Schwestergeburtstag, da gab es ja auch schon immer viele Memes, dass er immer genau dann zufällig verletzt ist, das ist natürlich so eine spaßige Verschwörungstheorie, es ist einfach heute Pech gewesen, dass er komisch aufkam nach einem Foul, das kann passieren, ich drücke die Daumen trotzdem, dass er fit ist, ich bin zwar für die Bayern, aber ich bin immer dafür, dass alle Spieler spielen sollen, wir wollen auch ein packendes und spannendes Spiel sehen. Messi, muss ich heute sagen, war relativ unsichtbar, war dann natürlich den entscheidenden Freistoß verwandelt und damit wieder was geliefert, wer auch geliefert hat, war Kylian Mbappé, der ein richtig gutes Spiel machte und der aktuell PSG Carriott, würde ich sagen und ich bin gespannt, er kann den Unterschied machen gegen die Bayern, aber ob Neymar mit dabei ist, werden wir sehen. Eure Meinung in die Kommentare, wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.